So, so, gut, wollte ich schon sagen. Hier sind überall Gegner. Überall. Ich weiß, es ist ein paar Meter entfernt. Ich weiß gar nicht, haben wir das Labor schon entdeckt oder entdecken wir das jetzt erst? Das ist eine neue Forschungsstation. Okay, dann machen wir mal hier. So, fertig. Super. Jetzt sind wir hier, jetzt haben wir diese Forschungsstation entdeckt. Das ist schon mal super. Besser als ja nicht. Jetzt brauchen wir etwas Gras. Ach, Mensch. So. Genau, so sieht es aus. Nur tote Käfer sind gute Käfer. So, komm du auch hier rüber. Habe ich jetzt mal eine Ruhe? Ich wollte nur ein bisschen Gras haben. Wenn nicht. Ich meine echtes Gras, ja nicht zum Rauchen. Ähm, die Frage ist, komme ich hier irgendwie mal zu einer Grasquelle? Ich würde gerne was bauen. Hm, schwierig. Ich laufe einfach mal so lange, bis ich Gras gefunden habe und dann gehe ich zurück. Ja, ich weiß, ich wollte ja eigentlich erzählen, aber... Hm. Ist das scheiße. Ähm. Warum ist hier kein Gras? Ähm, wir sind wir jetzt hier angelangt. Was haben wir hier? Ähm, hier haben wir auch etwas. Das machen wir mal gleich putt. So. Da oben ist was. Aber ich glaube, das kenne ich. Hier war ich schon gewesen. Genau. Ähm, was ist denn hier? War ich hier drin schon? Wiss ich gar nicht. Ich gehe mal mal hier rein. Das sagt mir gerade ja nicht. Ähm, obwohl, ja, eigentlich schon. Aber jetzt ist es offen. Das war das Ding, das war versperrbar. Gut. Na dann. Gib mir etwas Gras, damit ich rüber kann. 1, 2, 3. Weil ich brauche nämlich eine Werkbank. Ähm, das mit diesen einen mache ich später. Ich will jetzt hier zum Teich. Hier. Schloss Spielset. Schloss Spielset. Da will ich hin. Ich will jetzt quasi von hier. Kann ich nicht da? Mal gucken. Kann ich nicht von die Steine da rüber? Ich weiß es ja gar nicht. Muss ich testen. Ob ich von da rüber komme. So, jetzt so. Immer in die Richtung. Jetzt gehe ich mal wieder auf die Karte. So, ich folge erstmal. Ich gehe erstmal Schritt für Schritt. Da bin ich rüber und jetzt muss ich hier lang. Ich konnte ja nicht rüber schwimmen. Ich habe keinen Zugang gefunden. Deswegen muss ich mich rüber bauen. Ich wollte nämlich schon lange mal da hin. Um einfach mal zu schauen, was ist da eigentlich. So. Was ist da eigentlich? So, dann mache ich heute noch Anzeigen fertig. Genau, stimmt. Ich werde das jetzt noch machen. Erstmal rüber kommen. Das sieht natürlich doof aus. So. Ich habe so jetzt keinen Zugang gefunden. Ist aber kein Problem. Ist aber kein Problem. Weil. So. Gut. Dann wollen wir mal. Werkbank. Wir nehmen wir nämlich nachher wieder mit das Gras. Für die nächste Werkbank. Ähm. Hier. Sag mal. Luft doch mal. Gut. Okay, dann machen wir mal so. Okay, dann machen wir mal so. Ähm. Ähm. Grastreppe. Genau. Dränen wir auch mal. Ähm. Das muss ich mir mal genauer anschauen. Ach so, okay. Aber. Ich sehe uns im Besuch sehr wenig. Deswegen mache ich jetzt mal Zelt. Ähm. Hallo. Wir können jetzt schon schlafen. Das ist super. Weil ich möchte lieber was sehen, bevor ich hier irgendwo reinspringe. Selbstmörder seien jetzt immer gut. So. Ja. Ja. Ihr wischen mal, was ich meine. So. Dann einmal hier. Die Grasboden. Nehmen wir mal den Boden mit. Damit wir nicht mal nicht durch dieses Loch fahren. Das habe ich in der Dunkelheit nämlich gar nicht gesehen. Okay. Nochmal. Noch ein Gestängel. Also noch ein Stängel. Ich bin dein Vater. I love you. I love you. I love you. Yes, I do.